Herzlich Willkommen zu einer Runde Let's Play Minecraft mit dem uninteressanten Adler 380. Hey, bist du so uninteressant? Ja. Bist du wirklich so uninteressant? Das ist jetzt sehr beleidigend. Nein. Glaub mir, das habe ich bei einem anderem schon gemacht. Echt? Ja, aber der war noch nicht mit dem Let's Play drin. Du bist die zweite Person. Freu dich. Ja, zweite Person. Echt. Oh, Mann. Ich brauche Schafe, ich will mein Spawnpoint setzen. Auf welchen Server bist du denn gerade? Auf gar keinen, ich bin auf meinem Singleplayer. Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe heute bis drei Uhr morgens wach, weil ich noch zwei Videos geschnitten habe und hochgeladen habe. Und das zweite dann hochgeladen ist. Das hat leider nicht funktioniert. Wenn ihr, wenn einer von euch 1080p haben will, ja? Also die, äh, Voll-HD. Mann. Mann. Ey. Äh, ich kann leider nur... Ich habe mich gerade selber mit einem Bogen abgeschossen. Äh. Also ich wollte ins Skelett abschießen, bin gesprungen und bin in meinem... Äh, hab den Schuss gemacht und bin in den Pfeil reingesprungen. Ja, ich habe Schafe gefunden, ich habe Schafe gefunden. Was geht's jetzt nicht mehr? Hey, ich will das nochmal machen. Oh, da kommt der Pfeil und... Uh, null Herzensschaden. Ja, ich brauche, ich brauche noch zu... Ja, hier sind es noch Schafe, ich kann gleich, ja. Nur Glück haben, haben wir gleich ein Bett, Leute, Freunde. Echt? Ja. Ein Bett? Oha, und welche Rüstung hast du? Äh, ein Eisenbrustpanzer. Uh, ich habe eine Full-Dier-Rüstung auf dem Server. Ja, ja. Ja, gut. Ich glaube, ich... Was ich wohl geplant hatte, war, äh... Die IP mal für drei Leute... Für zwei oder drei Leute freigeben. Und dann einfach mal eine Runde Bedfuss mit den Zorgen. Ja. Die ich natürlich aus den Kommentaren auslosen werde, aber... Na, mach das doch nicht. Hm, keine Ahnung. Ja, jetzt, jetzt mach ich doch ja noch nicht. Oh, scheiße, ich brauche Holz. Holz, Holz, Holz. Oder Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Äh, wir wollen nichts von anderen Letztplänen hier hören. Ja, okay. Ähm, was kann ich denn noch machen? Ich... Ich... Wir sind langweilig, ich springe über den Enchanting-Table, den du dir hier stehen hast. Oh, Mann. Ich glaube, ich nehme auch mal eine Folge da auf. Wo ich dann auch einfach offline fahren darf. Aber einfach hier, hier mein Server, Let's Show. Stimmt, ich könnte daraus ein Let's Show machen. Da sind keine Vorstellungen, weil sie mit so fliegen, so rumfliegen und dann irgendeine F3 oder F4 oder, keine Ahnung, da bewegt man sich so langsam so, äh, irgendwie so ganz komisch. Das ist so schwingend. Genau. Ich renne los, Baum holen und dann kommt und dann komme ich wieder und dann sind natürlich zwei Bäume gespawnt, ist klar. Ja, das ist blöd. Was soll ich jetzt machen? Ähm, dann nehme ich eigentlich schon auf. Sag mal, du hast auf die Uhr gucken. Ähm, drei Minuten, so ungefähr. So, wir sind, wir können die Dachdruck durchschlafen. Yeah, so interessant. Darf ich jetzt die Hundekehren von einem Freund? Nein. Nein. Ich könnte natürlich theoretisch jetzt einfach mal ganz schnell was machen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob... Aber ich weiß nicht, ähm, dann stehe ich hier nur rum und hab auch keinen Bock, einen Cut zu setzen und, äh... Weil wir... Dass ich auf den Server kommen und nicht... Ähm, die OP oder was? Warte, 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 warte. Mann, ich will ja was machen, es ist langweilig, darf ich Bettwurst zu Ende bauen? Äh, was Bettwurst? Ja, also wenn wir das Bettwurst dann haben, darf ich das schon mal anfangen zu bauen? Nein, ich brauch nie mal ne Bettwurst-Map. Wenn ich dann auf, auf die Trader, wo ich den Server hab... Du hast gesagt, du hast gesagt, ähm, du losst bei ein paar, ähm, Spiele aus und spielst damit ne Runde Badwurst. Ja, aber jetzt doch noch nicht. Und vor allem, wenn ich dann... Und deshalb ist er bei Nitrat und da... Und wenn ich da dann Minigame, äh, Bettwurst auswähle, dann... Und dann, äh, ist da ja schon ne Bettwurst-Map und die ist relativ cool sogar. Also brauche ich keine, die... Oh, aber ich kann es mir einsetzen. Oh, ganz knapp getroffen und... Nein. Ah, kommt, trifft doch jetzt. Okay, das ist ja auch schon, das ist nicht für die richtige Lösung. Ja, getroffen, und jetzt ist er tot. Weil ich hab so einen richtig guten Bogen mehr entschaffen. Ja, er ist tot, haha, der blöde Zombie-Eder kann. Ja, ich hab's nicht. Wenn ihr euch weiß, warum hier der Spielpirat ist, ich mag das T-T-T-T-T-E-K einfach nur. Und... Wie Pirat? er und ich bin ein kleineres Max ja ich glaube dass man auch wieder rein der Schmack immer dann nicht so wie das Texte Päck ist auch cool ja gut auch verpflichtet 4 4 aber ein und ich hole mir beiden neuen PC gar nicht so mit interessant interessiert mich aber nicht die Stich und mann im Markt ist immer interessiert dass niemand mehr geschickt ich will eigentlich immer auf diese riesen Wiese weißt du vor den Hunden und dann will ich die ist ein Zombie und dann kommt es so wie der Wälder und das war es wie lange die Welt schon auf für die Nummer Frage weil ich kann jetzt für die Noten machen um er sie jetzt Zeit nehmen wir so fünf Minuten auf ich glaube es sollte ihn kommen K1 50 muss ich tun um auf dem der Klaube ist ich weiß nicht also das gesagt guck mal auf die Uhr und dann guck ich auf die Uhr dann das tut ja hallo und dann als er sich in den Kabel die auf die Uhr kommt deswegen ein zwei Minuten nämlich vor sie haben war so ungefähr fünf Minuten sollten jetzt sollst du schon aufnehmen gut dann machen wir sicherheitsfall auf wenn die Folge kürzer als 15 Minuten ist dann nicht das darin dass er nicht auf die Uhr geguckt hat ich nicht auf die Uhr geguckt dann nicht du ich bin schuld ja du bist schuld nein doch ach so doch ich hatte gerade so was anderes gedacht ich kletter gerade hier den Berg hoch richtig heftig nachkommen 60 mal läuft steckt wenn er interessiert wird hier das Topic benutze ich wenn es irgendeinen interessiert irgendeinem Zuschauer nämlich mal das ich guck besucht die ich jetzt gerade mal eben auf YouTube du heißt Lasse hd hd so mal gucken Lasse hd so ein so ein epic ähm aha aha dein Lasse hd Intro gibt's auch schon nein du hast schon ein Intro veröffentlicht nein Info in ist das dein Intro Info Info du hast so ein Intro ge- ähm abgeloadet hä ich hab kein Intro abgeloadet ich glaub du liest falsche da müsste stehen Info weil daran habe ich nicht Oh das Intro ist übelst geil oh schade dass ich nicht weiß wie man das downloadet äh das ist richtig krass da kommt so ein da ist so eine Wand und dann auf einmal explodiert die so dann kommt da so was raus wie bist du das nicht hä ich hab äh äh klein geschrieben oder groß äh muss ich gleich nach der Aufnahme gucken und zwar ach äh hast du als so ein Minecraft mit so äh ja das bist bestimmt du ok ich mach jetzt mal tschüss 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 tschüss